Frau Moishe Weisberg. Jetzt noch auf dich. Ja, das fehlt dir mal. Ja, das fehlt dir mal. Ja, das fehlt dir mal. Er sucht als ehrgelebtem zu gebleibchen. Ein bisschen außergewöhnliches. Er gedenkt auf Scheiler, es ist auch in 9 Uhr. Er gedenkt auf Scheiler, auf Scheiler, auf Scheiler testiert. Die ist auch in 9 Uhr. Sie haben ihn in 10 Uhr. Sie wollen die alten Scherberlose. es ist auch in 9 Uhr. Die Scherberlose sind erstens. Das ist die Scherberlose. Es ist die Scherberlose. Er hat die Eine Färbenen gearbeitet. In der Arbeit. Er hat die Scherberlose. 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 Aber es gibt nicht mehr gute Möglichkeit. Es geht niemals, es geht nicht. Man muss es nicht auf die Pflege. Es gibt nicht viele Tage. Ich glaube, es ist nicht auf die Pflege. Ich hab nicht auf die Pflege. Die können da auch nicht mehr finanzielle. Innen wir beten sie Geld. Innen wir beten sie Geld. Die können da auch nicht mehr finanzielle. Die schauen nach. Hä? Bis sie sagen nach. Wann denn? Bis sie sagen nach. Du magst nicht? Ja. Ja. Die kennen sie von ihm. Aber gut. Ich weiß nicht, aber gut. Ja. Die haben alle gebringt. Ja, die in Teubels. Die schauen. Haber Kimmel. Haber Kimmel auf... Auf, 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 auf. Auf, gut. Das wäre ein Geist. Ja, ich habe es gehakt. Hab ich gewes. Wie willst du denn? Wer, wer, wer den der Behoosheber? Behoosheber? Eine von der vierjährigen, von der vierjährigen Alten. Ja. 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 Ein größer Geist für den Menschen. Ein gewaltiger Geist für den Menschen. Das hat ihn mir geraten. Ja. Ja. Maslischkünneszugeh. Was des Menschen getont. Jetzt wird Kimmel auf. Aber was ich gesehn wie er hat mich hausgespielt. Mit der Fahmairo? Ja. Er gegangen hatt er, er ging immer an Goy. Ja. Er steigt nicht so. Aber ich würde. Ja. Er war immer an Goy. Und nicht nur das, der Rebbe hat, was er rausgekriegt hat, gehört. Also ich dreimal das zu ihm. Und er war für mich etwas. Muss er in Rumänien. Ja, schon. In Gubernisch er gegangen. Er hat ihn aufgekläuft. Er hat ihn aufgekläuft. Mehl. Von uns. Alles hat er zerrissen. Ja, zerrissen, zu waffen. Er hat ihn erst gemessen. Er hat uns gemeint, dass er das Kern zerrassen, zerrassen. Und er hat ihn nicht. Und er hat ihn nicht gesagt. Er hat ihn nicht gewöhnt. Er hat ihn nicht gewöhnt. Er hat ihn nicht gewöhnt. Er Grüttner er dir dann haben. Er gewaltig ist gewöhnt. Er ist gewaltig. Er war ja jetzt. Na. Wer hat's ihm schon kapbelt. Dose? Na, den starken, treten, verlassen, definieren... Ja, ja, ja. Kielstukargachpast. Segen bubbels impossible war, er dr screen, für den Brewm modern, durch Sie und da zahlen. Zwei Bänte... Wo ist's? Kinder Streiv감ern. Herklaus mesmo. Er grabelt. Ja, das war ein paar Leute, das war auch wie ein... Oh, das ist nicht das, das ist du bei dir. Viele Blumen, in der Gertlachie gesehen, als Abba Stuma in Dort, weiß ich, wer, wer... Abba Stuma liegt da, aber ich... Abba Stuma liegt da, aber ich... Abba Stuma liegt da... Das ist, das ist, das ist, das ist, ganz gut. Ja, das ist scheinbar, das ist scheinbar. Im Zins, im Zins, schick, Mensch. Ja, ich habe mir gedacht, ich lerne mich mit Moshe Engel. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, das ist ein Lernen. Ich habe gedacht, Schabbat, was der Rebbe gemacht, der Rebbe macht, der Rebbe macht das Drusche. Ja. Bei der Drusche, er gewinnt 2000 Menschen. Das? Ganz ab, ganz ab, ganz ab. Suche ich ein... Die bisschen Maschine. Ich weiß nicht, wer ältere ist von dir. Und ich denke, wer ist von dir. Und du reißt, dem Kopf durch eine Schwänze rein. Und du reißt, dem Kopf durch eine Schwänze rein. Und du reißt, dem Kopf durch eine Schwänze rein. Ja, das hat ja... Aber wo hin wird dir noch schon gehört, oder? Zwei toren Menschen. Weißt du? Er fliegt den ganzen ersten Euren. Weißt du? Nee, Moshe. In drei Minuten. In drei Minuten. Ich fattig er in den ganzen Masen. In drei Minuten. Ja. Auf solche Masen können wir das sagen. In drei Minuten. In drei Minuten. In drei Minuten. Ich bin ein bisschen in drei Minuten. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein anderer Mensch. Ja, sie können nicht, sie kommen auf Schafes, ja. Morgen, sie gehen rein? Ja. Morgen, sie gehen morgen, morgen, morgen.